hallo leute einen wunderschönen guten tag oder guten mittag ich wollte euch zeigen wo wir heute sind wir befinden uns auf der pene und zwar im naturschutzgebiet salem einfach nur wieder fantastisch wir sind von da gekommen sind jetzt knapp vier kilometer gepaddelt wenn ihr euch das mal anguckt hier das ist hier naturbelassen und hier haben sie angelegt einen wunderschönen ja wie nennt man das da seht ihr jetzt gerade rastplatz für kajaks und ruderer sehr schön gemacht den haben wir jetzt sofort genutzt um uns das alles mal hier ein bisschen anzugucken eine kleine snackpause zu machen ich weiß nicht ob ihr das erkennen könnt da hinten ist überall wasser man kann ihn so stich armen da rein paddeln und gucken und ja wir nutzen die gelegenheit und schauen uns das alles an das wetter ist wie immer starke uv strahlung aber da kommt man ja klar war ranger jim ist natürlich auch da ihr seht ihn erwinkt gerade der macht das was er am besten kann nahrungsmittel vernichten aber der ist natürlich auch wie wild schon gebandelt ja das soll es erst mal gewesen sein ich finde besseren montag kann es nicht geben als solch ein traumhaftes wetter traumhafte gegend spitzenmäßiges wasser das ist kristallklar wir werden das euch mal versuche ich das mal zu zeigen achtung wir machen das jetzt einfach mal ganz einfach hier nicht erschrecken wie klar das wasser ist guck mal ich hoffe das war jetzt ein bisschen was zu sehen wir waren live praktisch so nach prinzip und captain nebo und hat man ein bisschen unter wasser geguckt das soll erst mal der erste teil gewesen sein wir machen nachher weiter damit ihr wie immer wisst wie ich heute aussehe ich drehe das ding mal um achtung 1 2 3 jawoll ja hier bin ich im bild grüß euch wir werden gleich wenn ich das ding hier ausziehen weil das ist fantastisch das wetter und dann ist gut da werden wir das genießen ich wünsche euch noch was ich sag mal bis nachher